Episode 1 Das ist Susanne Schweitzer. Sie und ihr Mann wohnen in einem Haus und halten ihre Wohngegend für sicher mit wenig Kriminalität. Die Installation von Überwachungsmaterial für unnötig. Leider irren die beiden. Susanne kehrt etwas später von der Arbeit heim und merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Es wurde eingebrochen. Wertsachen wurden entwendet. Aber das ist für Susanne nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist dieses Gefühl, sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher zu fühlen. Die Privatsphäre wurde zerstört und es herrscht Angst, dass sowas wieder passieren wird. Sie weiß nicht, wie sie jetzt noch ruhig schlafen oder sorglos das Haus verlassen soll. Wie konnte sie nur so naiv und gutgläubig sein, dass nichts passieren wird? Bei sich zu Hause klärt ein Polizist sie darüber auf, dass ein Einbruch statistisch gesehen alle 13 Minuten begangen wird und Einbrüche eine der häufigsten Straftaten in der Schweiz sind. Welche Maßnahmen Sie gegen Einbrüche ergreifen können, sehen Sie im nächsten Video oder unter www.securitas-direkt.ch Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.